Hallo Freunde, heute gibt es mal ein schönes Schauspiel der Natur zu sehen. Ein sich näherndes Gewitter gibt uns wunderbare Einblicke in seiner ganzen Pracht. Lehnt euch zurück und genießt die imposanten Blitze in dieser beeindruckenden Gewitterfront. Für diejenigen, die die Blitze langsam sehen wollen, einfach die Wiedergabegeschwindigkeit reduzieren. So, und nun viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020